Markus Oh mein Gott, Digga Oh, was ist denn mit dem Medi schon wieder los, Digga Manahnt ihn auch das Tor von Zinedine Zidane, Digga Ei, 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 ei Oder James, ja James von Dings, ja, 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 stimmt So nicht Vielleicht Maradona Mit einer besseren Idee Sieht gut aus Wir haben hier drei vorne, die Bock haben Für was, für was, ich habe nichts gesehen Ich hätte es schon gewundert, wenn es Freistoß gegeben hätte Gibt es eine Wiederholung oder sowas What the fuck, hat er echt was gemacht? Oh, Xavier, oh, Moment Nein Tutti Tutti Emberp Emberp Tutti Emberp Tutti Emberp Tutti, Junge Ich habe Emberp Tutti gezogen Ich habe Emberp Tutti gezogen Ich habe Emberp Tutti gezogen, Junge Sie! Jungs, was geht ab, Alter? Sie haben gesagt, wir können es nicht. Guckt euch Jordan an, wie er sich freut. Und Illigella zusammen. Wie damals im E-Sportraum. Wie damals im E-Sportraum, als wir irgendein Eikon gezogen haben. Jordan, sein Puller hängt da unten fast raus. Der musste sich den oben den Oberschenkel wenden. Illigella hat leider gesagt, dass er mindestens 12 hat. Aber das glaubt keiner. Er duscht immer mit Unterhose. Die Sonne scheint. Die Vöglein-Switcher. Es ist einfach die schönsten Tage. Macht Fotos! Vorne, der hat gerade eine Flanke geschlagen. Komm! Dann durch! Komm, komm! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Bitte! Jungs das zu krass – Ach Gott! Clippt das bitte einer! Clippt das bitte einer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was redet ihr da ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Reif einfach! Oh mein Gott! Ja moin! Noch nie so was gesehen, Digga! Hier passieren Sachen, die ich noch nie gesehen habe, Mann! Oh! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! 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 Fadruf! acion�! Dean von Marceli bench 2 mars 3 Oh mein Gott! Wie oh mein Gott! Einer fand das, Jungs, kann das einer klippen. Klasse Pass. Da ist die Flanke ins Zentrum. Und da ist das Tor. Einfach Bonucci, 6.824, Sommer, Rest, Müll. Weg damit. Ah, das ist für den 92er. Ich bin jetzt der Bart, hier mache ich nach B. Grüße gehen raus an FIFA Deutschland. Pass auf, wem ziehe ich. Wenn ich jetzt nur mit Sommer ziehe, frise ich am Besen wieder. So, hier habe ich gestrugt, warte kurz. Weg geht auf. Team of the Season. Also, da gehen jetzt wirklich Grüße raus an FIFA Deutschland. Jetzt kann man es mal nicht mehr erzählen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so ein Fake. Das hat mir den Spieler weggenommen. Jetzt gehört nochmal zum Abschluss. Eine Tortikarte. Es ist ein Eck-Torti. Oh mein Gott. Ich habe noch einen. Nein, die liegt. Aber es ist auch... Das ist mein erstes Torti. Ja, komm. Zieh an, Nehmer. Jawoll, Alter. Was für ein geiles Ding. Ich komme nicht mehr hin. Mann. Immer auf die Schwache, hey. Ich gehe nach Hause, Jungs. Ich gehe nach Hause. Alter. Jetzt ist es mal Reust. Jetzt ist es mal Reust, Digga. Ach. Ich erinnere mich auf. Kannst du bitte meine Kollegin Fixi Hartmann mal grüßen? Fixi Hartmann. Ganz liebe Grüße. Tschüss. 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 Tja. Drei. стро.